Hi, ich bin Björn von Xion und das ist Aaron, der unsere Vest FreeRide Air trägt. Diese schützt deinen Rücken und ist ideal zum Skifahren, Snowboarden, Mountainbiken oder jede andere Aktivität, bei der du deinen Rücken schützen möchtest. Um diesen Schutz zu gewährleisten, verwenden wir D3O. D3O ist ein intelligentes Material, welches durch deine Körperwärme weich und flexibel wird, aber sobald du einen Schlag erleidest oder stürzt, wird das Material hart und absorbiert die Energie des Aufpralls. Außerdem macht es uns das möglich, deinen Protektor so dünn zu konstruieren, bei voller Schutzleistung, dass du ein T-Shirt, eine Jacke oder was du möchtest darüber tragen kannst. Unser dehnbarer Stoff, welcher zusätzlich hier perforiert ist und auch das Rückenpad, welches eine ideale Luftdurchlässigkeit bietet, lässt dich selbst bei anstrengenden Workouts oder hohen Temperaturen nicht in Schweiß geraten, sodass du nach ein paar Minuten fast vergessen wirst, dass du überhaupt deinen Protektor trägst. Der extra breite Bauchgurt stellt sicher, dass das Pad zu jeder Zeit an der Position bleibt, wo es sein soll und den vollen Schutz bietet. Bei Xeon haben wir den Anspruch, immer das beste Produkt zu liefern. Deshalb verwenden wir nur Premiumstoffe und produzieren in Europa. Also holt euch euer Xeon, geht raus und wir halten euch den Rücken frei.